Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, du wirst ein Zombie! Zack, was ist da nun los? Oh, wurde irgendwie infiziert? Was ich vergessen habe zu erwähnen, unser Dude BroHeld ist der beste Scheißchemiker der Welt. Mit Nobelpreisen und all dem Zeug. Er muss unbedingt in sein Labor im Krankenhaus. Ein Rennen gegen die Zeit. Ich kann das Heilmittel herstehen oder Gehirne fressen. Total bescheuert. Aber ich bin interessiert. Los geht's am Strand. Unser Held hat nicht viel Zeit, um das Abort zu erreichen. Viel Zeit? Der Held sollte so gut wie gar keine Zeit haben. Ja, klar. Von mir aus. Okay, ja. Jetzt muss der Held also durch einen brennenden Trailerpark gehen. Kein sonderlich typisches Setting für Zombies. Ich weiß nicht. Ich glaube, so viel Action mögen die Kritiker vielleicht nicht. Scheiß auf die. Du solltest nur an deine Zuschauer denken. Kritiken sind für einen Arsch. Es geht um Ärsche auf Kinosesseln. Der Hauptcharakter schnappt sich also irgendeine Schrottkiste. Ach was. Kein Geiz bei einem Rennen gegen die Uhr. Gib mir ein echtes Auto. Irgendwie geht dir der Dampf aus. Alles in Ordnung? Ach, pass auf. Der letzte Mensch, den ich am Drehbuch verkaufen wollte, hat mich echt mit Schurge gemacht. Ich wollte eigentlich schon alles hinwerfen. Aha. Du bist einem Monster begegnet. Wenn sich das nächste Mal einer wie ein Monster benimmt, sei einfach das größere Monster. Du hast recht. Seine Ideen waren alle scheiße. Fick den Sack. Wie ist die Fahrt hoch zum Labor so? Überall. Autowracks. Perfekt für eine spannende Fahrt. Da sind diese großen mutierten Zombies. Kolosse. Der Held sollte ihnen aus dem Weg gehen. Die Uhr tickt. Ja. Jede Sekunde zählt. Wenn der Hauptcharakter sie trifft, explodieren sie. Wir brauchen hier etwas Cooles. Äh, wie wär's? Mit einer Baustelle. Unser Held nimmt den Sprung und bam! Eine Explosion! Was hat sie verursacht? Das ging noch viel zu schnell. Nun sieht unser Held die Mutationsstationen voll mit dem glibberigen Zeug, das Menschen in Zombies verwandelt. Wo kommen diese Dinger her? Von einem staatenlosen, bösen Konzern. Fluger Schachzug. So steht kein bestimmtes Land oder eine bestimmte Person als Bösewichter. Erdrutsch! Boom! Was die Zeit angeht, verwandelt sich der Held schon in einen Zombie. Und so endet die Fahrzähne. An einer Straßensperre. Die Zeit schwindet und den Rest des Weges wird er zu Fuß gehen müssen. Oh-oh! Soldaten bewachen das Krankenhaus. Und für sie ist unser Held nur ein weiterer Zombie. Ja, sie wissen nicht, dass er das Heilmittel für die Zombies in seinem Gehirn hat. Und für sie ist unser Held. An diesem Punkt steht der Hauptcharakter kurz davor, ein Zombie zu werden. Oh-oh! Nur noch Sekunden, bis unser Held voll Zombie ist. Er stellt das Heilmittel her, hält die Zombie-Epidemie auf und das Bildchen, er holt sie zurück. Er kann alle Zombies zurück in Menschen verwandeln. Alle, die er erschossen, hochgejagt oder überfahren hat? Aber hallo! Das totale Happy End! Pow! Genial. Braucht ein wenig Feinschliff, aber das will ich drehen. Der Tag, der meine Karriere verändert hat. Das erste Mal bezahlt im Abspann.